Die kommen jetzt auch noch für den Zweitakt. Zwei-Rad-Mechaniker-Lehre, Emily. Das ist ja natürlich ganz was Besonderes, ne? Da ist die Schraube. Habt ihr eine Schraube gefunden? Ja, bei uns. Nein, ich meine, dass du die Verkleidung endlich hast. Wir reißen da gleich ab. Ne, ich ja, Patrick, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Innenleben da. Was müssen wir noch runterholen? Muss das hier nicht runter? Wegen der Spannung hier. Ne, das kann man biegen und dann reinsetzen. So, so Untertitelung des ZDF, 2020